Herzlichen Glückwunsch, liebe Freundinnen, liebe Freunde von Mehr Demokratie zu 20-jährigem Jubiläum. Ja, in Zeiten, in denen unsere liberale, unsere weltoffene Gesellschaft, unsere Demokratie immer mehr von rechts außen unter Beschuss gerät, bedroht wird, sind Organisationen wie eure wichtiger denn je. Denn Demokratie ist nicht ein Geschenk, was man einfach bekommt. Demokratie muss jeden Tag mit Leben gefüllt werden. Demokratie muss gelebt werden und auch verteidigt werden. Und daher danke für 20 Jahre Einsatz für Mehr Demokratie in Nordrhein-Westfalen.